Auch an diesem Morgen haben wir richtig ausgeschlafen. Pepe guckte etwas traurig, er wäre sicher schon gerne im Wald spazieren gegangen. Aber aufgrund des schlechten Wetters hatten wir uns dazu entschlossen, einen Wellnestag einzunehmen. Wenn jemand genießen kann, dann ist es Chili. Ihnen war es sehr recht, mal so richtig durchgekriegt zu werden. Ich bin ein Wunder. Ich bin ein Wunder. Ich bin ein Wunder. Untertitelung. BR 2018 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 Peppi hat immer wieder nachgeschaut, ob der Regen nicht mittlerweile aufgehört hatte, denn er wäre schon gerne rausgegangen. Untertitelung. BR 2018 Aber auch er kann natürlich bemüßen. Aber auch er kann natürlich bemüßen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Beide Katerchen lassen sich problemlos kämmen und bürsten und nur so ist es möglich, mit ihnen regelmäßig in die Natur zu gehen und sie vor Parasiten zu schützen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018